Hallo, deine Geografieprüfung beginnt mit einem Vortrag und der dauert 15 Minuten. Und damit du es schaffst, die 15 Minuten schon etwa auch auszuschöpfen, also nicht zu lange und nicht zu kurz brauchst, gebe ich dir ein paar Tipps heute in diesem Video. Im ersten Teil der Prüfung wird von dir ein Vortrag abverlangt, der etwa 15 Minuten lang dauern sollte. In dieser Zeit solltest du deine Gedanken zu den Aufgaben des Themas, welches du im Vorbereitungsraum gezogen hast, darlegen. Diese 15 Minuten können quälend lang oder erschreckend kurz sein. Doch was passiert, wenn du das zeitlich nicht ganz hinbekommst, also schon nach 14, 12, 10 oder 8 Minuten fertig bist? Oder nach knapp 15 Minuten feststellst, dass du noch bei der ersten Aufgabe bist? Zuträglich für deine Prüfungsleistung ist dies im Normalfall natürlich nicht. Es wäre schade, wenn die Prüfungskommission deinen Vortrag abbrechen muss, um zur Fragerunde überzugehen. Die Lehrer haben zwar die Möglichkeit nachzufragen. Dies beschränkt sich aber in der Regel darauf, dich noch einmal zu einer Fragestellung oder vielleicht im Kontext zu der Aufgabe, zu einem Material zu lotsen, was noch unzureichend analysiert wurde. Wenn du also deutlich eher fertig bist, besteht durchaus die Gefahr, dass du die Dinge nicht oder nur oberflächlich bearbeitet hast und wesentliche Sachverhalte außen vor gelassen wurden. Aber es gibt auch Ausnahmen und da will ich dir mal ein Beispiel zeigen. Die Aufgabe lautet hier, erklären Sie eine Möglichkeit, Rohstoffe zu klassifizieren. Ein Schüler könnte das beispielsweise so machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rohstoffe zu systematisieren. Eine Möglichkeit ist es, Rohstoffe in Primär- und Sekundärrohstoffe zu unterteilen. Bei den Primärrohstoffen wiederum wird in nicht-regenerierbare und regenerierbare Rohstoffe unterschieden. Beide Bereiche können weiter ausdifferenziert werden. So gelten beispielsweise Erdöl, Erdgas oder Kohle zu den Energierohstoffen, Erze zu den metallischen Rohstoffen und Kalk oder Quarz, aber auch das Erdöl zu den chemischen und mineralischen Rohstoffen. Sande und Kiese werden zu den Bau- und Keramikrohstoffen gezählt. Im Bereich der regenerierbaren Rohstoffe kann in Agrar- und fürstlicher Rohstoffe unterschieden werden. Zu den letzteren gehört das Holz. Pflanzliche Agrarrohstoffe sind beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel wie Kakao oder Getreide oder pflanzliche Industrierohstoffe wie Kautschuk oder Faserpflanzen sowie Energierohstoffe wie Öle. Tierische Agrarrohstoffe sind beispielsweise Felle oder Tierhäute. Im zweiten großen Bereich der Rohstoffe finden wir die Sekundärrohstoffe, die durch Recycling wiederverwendet werden. Also mineralische Rohstoffe wie Glas oder organische Rohstoffe wie Papier. Das Ganze hat jetzt nun etwa anderthalb Minuten gedauert. Unabhängig davon, ob der Prüfling das jetzt alles so auch anzeichnet, was meines Erachtens nicht nötig ist, höchstens mit Abkürzungen, kann sich das auch viel länger hinziehen. Ich lasse noch einmal die Zeit zurücklaufen und mache mal ein bisschen langsamer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rohstoffe zu systematisieren. Eine Möglichkeit ist es, Rohstoffe in Primär- und in Sekundärrohstoffe zu unterteilen. Bei den Primär-Rohstoffen wiederum wird in nicht-regenerierbare und in regenerierbare Rohstoffe unterschieden. Beide Bereiche können weiter ausdifferenziert werden. So gelten beispielsweise Erdöl, Erdgas und Kohle zu den Energierohstoffen, Erze zu den metallischen Rohstoffen und Kalk oder Quarz, aber auch das Erdöl zu den chemischen und mineralischen Rohstoffen. Sande und Kiese werden zu den Bau- und Keramikrohstoffen gezählt. Im Bereich der regenerierbaren Rohstoffe kann in Agrar- und in fürstliche Rohstoffe unterschieden werden. Zuletzt darin gehört das Holz. Pflanzliche Rohstoffe sind beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel wie Kakao oder Getreide oder Pflanzliche Industrie und jetzt bin ich genauso weit, was die Zeit angeht, wie bei dem Fall als schnell gesprochen wurde. Das heißt, schon allein bei dieser Aufgabe kann derselbe Inhalt unterschiedlich lange präsentiert werden. Das ist ein Stück beruhigend, denn ein vorzeitiges Ende muss also nicht zwingend ein schlechtes Zeichen sein. Es gibt immer wieder Schüler, die schnell sprechen und präzise strukturiert präsentieren können und trotz der Fülle an Inhalt eher fertig sind. Sollte dir wirklich nichts mehr einfallen, werden dich die Lehrer fragen, ob sie nun zum zweiten Prüfungsteil übergehen können. Zuletzt noch fünf Tipps für dich. Die ersten 15 Minuten gehören dir. Also endlich mal eine Chance zu zeigen, was in dir steckt. Dein Wissen, deine Vortragsfähigkeit. Nutze die Zeit. Nimm dir eine Uhr oder einen Wecker mit. Du kannst eine Uhr mit in den Prüfungsraum nehmen, um dich im Notfall zeitlich zu orientieren. Das gibt zusätzlich Sicherheit, auch wenn du die Uhr vielleicht gar nicht benötigst. Wenn du trotzdem eher fertig bist, nimm dir doch noch einmal die Aufgaben zur Hand und prüfe, ob du dem Operator entsprechend umfangreich und tiefgehend genug geantwortet hast. Hast du es vielleicht nur beschrieben, anstatt es zu erläutern? Prüfe die Materialien. Hast du wirklich alle Materialien gesichtet und ausgewertet? In einem Bild, einem Diagramm oder in einer Karte steckt oftmals viel mehr, als man denkt. Man könnte ganze Prüfungen damit füllen. Und zuletzt, trainiere dein Zeitgefühl und übe das Vortragen. Zum Zeitgefühl. Kleine Kinder beispielsweise haben nicht das Zeitgefühl, was erwachsene Menschen haben. Für sie ist eine Stunde, ein Tag oder ein Jahr noch nicht so richtig greifbar. Und das ist manchmal auch gut so. Aber mit der Zeit entwickelt sich ein Gefühl dafür. Also, übe und trainiere und entwickle dabei ein Zeitgefühl. Sprich 15 Minuten über ein Thema, zum Beispiel mit Hilfe der Beispielthemen auf der Seite geoabi.de. Nimm dich auf und höre dir zu. Wie sprichst du? Langsam oder schnell? Verständlich oder unstrukturiert? Und zuletzt, prüfe vielleicht auch mal, wie viele Stichpunkte du von deinen Notizen in einer bestimmten Zeit schaffst. Das gibt dir später auch Orientierung. Ein gutes Zeitgefühl ist für dich ganz wichtig. Probier es aus, übe das, nutze die Beispielthemen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange 15 Minuten sind. Viel Erfolg dabei! Bis zum nächsten Mal.